So, ich wollte gerade sagen, ich weiß, wo ich Wolli herbekommen, aber es ist ja leider nicht so. Sorry, schneide ich kurz raus. So, sorry, wie ich sagte, ich bin halt noch bei meiner Oma. Da werde ich wahrscheinlich zum Großteil der Ferien hier sein. Ich werde es dann rausschneiden. So, jedes Mal, wenn ich aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, ist es total ruhig. Und jedes Mal, wenn ich aufnehme, passiert hier irgendeine Scheiße. So, da ist noch eine Spinne. Wenn es squeert, können wir uns auch mal kurz holen. Warum nicht? Level braucht man eigentlich immer. So, mehr Spinne. Vielen Dank für die Fäden. Bist jetzt eingesammelt. Ich habe mir leider nur eingegeben. Ich befinde den Weg zurück, aber ist ja auch eigentlich nicht so schwer. Geil, da ist ja noch eine Pyramide. Ich hoffe, dass es jetzt nicht die gleiche ist. Ich würde sagen, wir gehen da noch rein. Und dann war es das auch erst mal mit der Folge. Und, ähm, früher war das auch immer so, dass hier halt Wolle drin war. Und das ist zumindest auf der PS3 Edition lange Zeit gewesen. Und, ähm, das ist jetzt halt nicht mehr so. Oder war das auf dem PC überhaupt so? Ich weiß nicht, weil auf PC spiele ich noch nicht ganz so lange. Wie auf der PS3 Edition. Und natürlich habe ich immer wieder keine Fackeln dabei. Kai, Diamant, Pferderüstung, Eisen, Rottenflash und Federfall. Das ist ja immer richtig geil. Federfall 4. Ähm, Knochen. Goldpferdungsum brauchen wir eigentlich nicht. Geilens Maragd. Noch mehr, aber wir haben schon so viel Gold. Haben wir hier schon, der Gäste. Ja, dann nehmen wir nochmal das TNT mit. So, naja, na, richtig geil jetzt. So, nimm jetzt mal die Kisten mit. Warum nicht? Aber wie ich gerade sehe, ist man in der Tafel und schmeißen wir mal kurz den anderen Seed weg. So, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. So. Dann bauen wir das mal wieder hoch. Aber Moment mal, wir nehmen uns einfach mal die Kohle hier mit. Natürlich das Inventar wieder voll, dass wir es nicht einsammeln können. Mache ich mir das weg. Aber wir können die Folge jetzt auch gleich 20 Minuten machen. Das ist ja eh schon 17 Minuten. Ja. Das war klar. Dann scheiß auf die drei Minuten. Mache ich jetzt gleich 20 Minuten draus. So, dann laufen wir jetzt zurück zum Haus. Das müsste in diese Richtung sein. Oder, ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Nein, da komme ich nicht zurück. Egal, ich hole jetzt erstmal die Wolle. Und mal gucken, wenn es dann doch zu lange dauert, bis zum Rückweg und bis ich die Wolle habe. Dann hole ich mir die Wolle einfach offscreen und auf offscreen zurück. Weil es ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn ich für euch jetzt hier einfach nur fünf Minuten rumrenne, um Schafe zu suchen. So, dann ziehe ich mir auch nochmal rein, dass wir generieren können. So, das ist schon mal kein schlechtes Biom für Schafe eigentlich. Fühle ich doch hier sehr wohl in so Biom. Da sehe ich doch schon gleich Schafe. Perfekt. Perfekt. Wie gerufen. Ich sage, kein schlechtes Biom für Schafe. Und dann sind sie schon instant Schafe hier. Ich habe mal richtig geil. So, stirb. Oh, es leckt die Kratten. Bisschen, weil ich hier noch nicht war. So, jetzt hat sie auch schon wieder gefangen. Ich schmeiß mir dann mal weg. Das. So, komm her, scharf. So, dann laufen wir mal zurück. Zwei Minuten ungefähr. Eine Minute jetzt noch. Dann müssten ungefähr so die 20 Minuten voll sein. Wie gesagt, ich weiß nicht genau. Oben links läuft bei mir eigentlich eine Zeit mit. Aber, das Problem ist, dass ich ja einmal für 10 Minuten weg war. Was ich halt rausschneiden werde. Aber, ähm, ich weiß nicht genau, wie lange das war. Von ungefähr so 10 Minuten, wie mir das mein Computer angezeigt hat. Aber, ich weiß es halt nicht so genau. Aber, es wird, die Folge wird dann so um die 20 Minuten gehen ungefähr. So, laufen wir mal zurück. Wir könnten eigentlich auch mal das Eisen schmelzen, was wir in unserem Inventar hier haben. Und eigentlich wollten wir ja eine Höhlen-Tour machen in dieser Folge. Aber, weil ich, ähm, ja erstmal Wolle holen wollte, werden wir die Höhlen-Tour dann in der nächsten Folge machen. Und, dann müssten wir eigentlich auch gleich da sein. Wenn ich hinter diesem Berg das Dorf nicht sehe, dann werde ich die Folge erstmal beenden und offscreen weiterlaufen. Und in der nächsten Folge werde ich dann auch schon wieder beim Dorf sein. Ah, da ist es ja. Da ist es ja. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020